Juhu, da sind wir zurück, Dead Space Episode 2 und wir checken, wo wir hin müssen, anhand unseres netten Navigationssystems, finden wir die Platine. Wir hatten schon gute Action jetzt. Immer easy. Ich meine, dass ich damals mal tatsächlich auch an so einem Ding, in so einer langsamen Ding zerquetscht worden bin, weil ich es völlig verpeilt hatte. Aber, vielleicht passiert das ja nochmal. Wir werden sehen. So, El Map. Wann ist halt auch was? Ich habe immer Angst, noch irgendwelche Sachen zu übersehen und ich übersehe bestimmt einiges. Immer noch. Wie hartnäckig, wie scheiß Dinger sind. Mir war noch etwas zugig im Rücken. Okay, okay, okay. Ruhig bleiben. Ruhig. Wenn ihr die Platine... Was machen wir? Ein typischer Montag. Ja, Paranoia ist hart im Game. Ja. Alright, das sieht ja gar nicht so schlecht aus. So, was haben wir hier? Medipatche. Ansonsten. Ja. Das Ding brauchen wir und dann können wir hier... Äh... Weiter. Durch... Durch irgendwas. Ja. Zerstückte deine Gegner. Und ich überlebe auch mehr, wenn dieses scheiß Pop-Up nicht hier die ganze Zeit jetzt in meinem Gesicht ist. Just saying. Ne, ne, ne. Ich habe genug, weil sie nie in dem Spiel gespielt. So, nicht. Bleh. Das ist widerlich. Zumal ich gerade eben das Hackfleisch gegessen hatte. Wartungssektor. Was ist das? Wartungssektor. 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 Muss mit Enter einschalten. Er ist auf... Time to shave. Speichern beendet. Das sieht nicht gut aus. Oh, 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 oh. Ich bin gespannt mal, wenn wir die nächste Waffe kriegen. Also ich glaube, bei denen ist irgendwie Beine weg und dann Kopf weg. Ganz gut. Wollte dann anfangen zu spucken. Das ist fest, weil ich mal nur Kopf weg. Ja, nur Kopf weg ist ja nicht irgendwie schlecht, ne. Mein Mini kann man gut gedrauchen. Das war ruhig. Zu ruhig. Hinter mir bestimmt auch. Sag ich doch. Es ist wunderbar entspannend, da haben wir wieder ein Shooter zu spielen. Ich hatte letztens richtig Bock eigentlich auf Doom. Aber dann kam Dead Space Game Pass. Und dieser Flock da. Kredite. So, woher ist diese Energie going? In der Oben. Da oben. Da wollen wir rein. Da ist was. Da blinkt es. Da blinkt es. Da ist doch. Ui. Da ist das. Um los. scrake. Rechts? Ne. Muss der scheiß Pfeil so klein. Geradeaus rechts zum Aufzug. oh ja wieder schniefi schniefi ich krieg immer irgendwie Heustuffen wenn ich hier Let's Plays mache, das liegt an euch ich komm da nicht durch oder was? ich brauch ne Karte für dumme das Gute ist, alles was wir übersehen haben haben wir jetzt ok irgendwas übersehen wir war aber unscheinbar ich brauch so ne Minimap oder einen Kompass ich bin der neue Hausmeister ne ne kollege das gefällt mir nicht ich hör entweder mein Herz klopfen oder irgendwas was so läuft oh man so Game Design mit Ansage hier ein Torso ne hier ein Torso passt alles Torso ne ne Merci so dann leiten wir die Energie um Spinde ja wer das Sand spinnte nehmen wir Next Text Text Log Wer soll es lesen ok beschädigt beschädigt fehlerhaft vollständiger austausch beschädigt 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 repariert jetzt funktioniert ingenieur jay white zweiter ingenieur des wartungssektors Joa lass raten jetzt ist da die Kacke am Dampfen nimm was sind die Lichter aus dafür das ist gut wir brauchen den Aufzug und wir brauchen die Energie beim Wartungssektor wir brauchen Taschenlämpchen warum verfehlt der die explosiv fässer da lebt immer noch ne also manchmal ist Kopf weg nicht unbedingt Kopf ab ich brauche es nicht Okay. wo sind die da sind sie rennen das war knapp die paranoia ist noch da ist sie berechtigt so nehme ich vielleicht mal rein die platine nehmen wir noch nicht auf sonst triggern wir erstmal wieder wahrscheinlich irgendwas irgendwas hungriges poker abend ich halte das von wiggling fern falls benson mithört willst du heute abend pokern oder lässt du caitlin wieder weiter mit deinen credits rumlaufen na gut aber ist dabei und jo und das und tratsch irrelevant für die hauptstorie bank der was verbessere waffen wick mit hilfe der werkbank machen wir also wenn zwei knoten wir können plasmak hat verbessern oder den anzug knieser wobei das aktuelle meiste probleme ja schon kater braucht ihr ein bisschen mehr bumms genau so wir sollen energieknoten investieren sonst mit der leertaste auswählen oder enter okay ah ja ich hätte mich jo schaden da pack mal gleich schaden drauf und kapazität ja jetzt gerade wenig das problem jetzt irgendwie defense mäßig oder mit der menge an stase schade ist nicht schlecht also beide wo die platine wieder raus ja das wird ein längerer weg denke ich es lässt schon akustisch kaum ausmachen wenn mal irgendwie viele sind nicht mehr doch immer noch nicht mehr also ja 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 ich ja und zu speichern so bauen wir mal die platine ein ja schuss ne wir sind an bord das dach wurde getroffen aber es ist noch intakt die quarantaine ist aufgehoben der weg zum hangar ist frei aber die kommunikation ist tot wie ist der plan wir melden uns auf der brücke standardnotfallprotokoll wir sterben menschen ich werde mich noch mehr verlieren halten wir uns an die vorschriften dann schaffen wir es auch hoffentlich palabra palabra gibt uns auftrag gib mir location show mir location wir smash bodies ja das habe ich auf der anderen seite gesehen aber hier ist nichts ja das ist so vertrauenserweckende aufzüge hier ja das ist so vertrauenserweckende ja krass kappa ist aber nur um eins naja krass kappa ist so um eins so Ja, aber die Knoten können wir gut gebrauchen. Ich würde die ganze Zeit meine Magic wippen. Das Licht wäre mal wieder schön. Stark ey, das war damals auch schon so. Wir sind auf der Brücke, aber hier sind keine Überlegenden. Daniels versucht auf den Hauptrechner zuzugreifen. Spottets Artikel? Nö. Wollen wir nicht. Konsequenzen. Ja, wieder mal Verspätung. Super. Klasse. Lass mal nen Burger reinziehen. Zeitüberblicken. Gut. Das war Episode 2. Und ja, das werde ich spannend. Und ich denke es bleibt spannend. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.